Herzlich Willkommen, ich bin der Guido von der Schera und ich zeige euch heute wie unser Schera Easy Model Builder funktioniert. Schaut mal her auf meinem Bildschirm, jetzt geht es los. Als erstes, wenn wir die Software gestartet haben, haben wir hier so ein Übersichtsmenü. Dort legen wir als erstes einmal einen neuen Auftrag an. Dann haben wir hier in der Mitte die Auftragsdetails, die Übersicht, wer ist unser Patient. In diesem Fall heißt er einfach mal Max Muster. Wir können den Zahnarzt angeben, den Technikern, der das bearbeitet. Und überall, wo so ein kleines Sternchen dran ist, haben wir verschiedene Pflichtfelder. Als erstes müssen wir hier mal das Material, die Farbe für das Modell auswählen. In unserem Fall nehmen wir jetzt mal das Monkey White. Wenn der Stumpf eine andere Farbe haben soll, können wir jetzt sagen, der soll so ein bisschen Dentilfarben sein, also das Schera Model Desert. Wir wollen das in unserem Fall designen und drucken. Und dann können wir in der Mitte, in der mittleren Spalte die Daten hochladen, laden in die Software. Es geht über Daten auswählen. In dem Fall öffnet sich hier schon direkt der Explorer. Wir können dementsprechend Ober- und Unterkiefer einladen. Wir müssen dann hier einmal in der Software bestimmen. Das ist Bad-Uber-Kiefer. Das ist dementsprechend Bad-Unter-Kiefer. Als nächstes haben wir hier auf der rechten Seite einmal ein nächstes Pflichtfeld. Das ist die Modellform. Hier bestimmen wir einfach mal, ist es ein ganzer Kiefer ohne Elemente, also ohne herausnehmbare Stümpfe. Oder haben wir einen Strumpf, den wir herausnehmbar nehmen wollen, einen Nachbarzahn oder Impantat. Dann ist das dementsprechend die zweite Auswahl. Und dann wird hier unten drunter auch gleichzeitig schon das Zahnschema aktiv. Jetzt können wir noch mal gucken, was sollen wir eigentlich machen bei dieser Arbeit. In dem Fall können wir hier in der Mitte einmal das Vorschaufenster nutzen. Dann sehen wir hier, okay, Ober-Kiefer sind scheinbar mehrere Zähne gepreppt. Das ist einmal eine Zahn 2-2. Das ist hier eine raus im Baraschtumpf. 1-1 dementsprechend auch. Und wir können hier noch zwei Nachbarzahne definieren. Und wenn wir jetzt nachher noch eine Gegenwart designen wollen, klicken wir einfach hier oben beim Oberkiefer einfach mal auf die entsprechende Zahl neben dem Zahn. Und dann wird das hier oben dementsprechend rosa eingefärbt. Und dann können wir direkt ins Design gehen. Also oben rechts zum Modelldesign. Dann wird als nächstes einmal die Daten geladen. Wir kriegen jetzt hier die Ausrichtung vom Unterkiefer. Und die Software ist jetzt so aufgebaut, dass wir auf der linken Seite einfach mal unsere verschiedenen Arbeitsschritte sehen. In diesem Fall sind wir jetzt den Bereich ausrichten. Danach kommt noch Daten aufbereiten, das eigentliche Stumpfdesign, bis wir nachher innerhalb von sieben Schritten zur Ausgabe kommen. Wenn man mal nicht weiß, was man eigentlich in diesem Schritt machen soll, in jedem Bereich ist immer auf der linken Seite unten eine kleine Anleitung, wo genau steht, was habe ich denn jetzt an dieser Stelle zu tun. In diesem Fall müssen wir jetzt erstmal die Daten einmal ausrichten. Und zwar so, dass wir von Okto-Saal drauf gucken und dass die Front dementsprechend zum Bildschirm Oberkante zeigt, so wie das hier im Icon in der Mitte hergestellt ist. Dann gehen wir zum nächsten Schritt. Wir müssen jetzt hier dementsprechend einmal die Okto-Sebene festlegen. Über den blauen Punkt in der Mitte kann man das Ganze in der Z-Achse verschieben, über die Punkte außen. Im Rot und im Grün kann man das Ganze kippen. Aber es kommt jetzt nicht ganz genau darauf an, dass wir die Okto-Sebene treffen. Hier geht es einfach nur darum, wenn man nachher den Modellsockel drangesetzt wird von der Software. Der wird immer 90 Grad zu dieser türkischen Scheibe gesetzt. Dann zum nächsten Schritt. Hier einmal die Kieferkamette bestimmen. Die brauchen wir nachher, damit der Rotationsschutz auch in der richtigen Position sitzt. Das machen wir einmal für den Oberkiefer und dementsprechend auch mal für den Unterkiefer. Wenn das mal mit dem Bogen nicht ganz genau hinkommt, haben wir hier auf der rechten Seite die Möglichkeit, die Krümmung dieses Bogens nochmal anzupassen. Je nachdem, dass wir hier mit dem Bogen nicht ganz genau hinkommen, haben wir hier auf der rechten Seite die Möglichkeit, die Krümmung dieses Bogens nochmal anzupassen. Dann gehen wir zum nächsten Schritt. Also Schritt 1 haben wir schon durchlaufen. Ausrichtung ist beendet. Wir kommen jetzt in den Bereich Daten aufbereiten. Dazu läuft hier schon mal eine automatische Korrektur innerhalb der Software durch. Wenn verschiedene Dreiecke nicht richtig vorhanden sind, gedreht sind, wird das schon mal korrigiert. Und wir sehen jetzt hier, dass wir natürlich noch relativ viele Bereiche vom Scan haben, die wir gar nicht benötigen. Die wollen wir jetzt natürlich noch aufbereiten und beschneiden. Dazu haben wir hier auf der rechten Seite verschiedene Möglichkeiten. Wir können nochmal Material auftragen, können abtragen, wir können radieren. Automatisch ist hier mal ausgewählt, die Scan-Grenze. Das bedeutet einfach, wir können hier auf der linken Seite einfach mal einen Punkt setzen und setzen uns dann so eine Linie ringsherum um den Kiefer oder um den Bereich, den wir dementsprechend behalten wollen. Bis wir am Ende wieder auf das schließende Feld klicken und können dann hier oben wieder sagen, bitte innerhalb dieser Markierung alles löschen, also Scan-Grenze anwenden klicken. Nun wird mit einem Klick alles andere, was wir nicht benötigen, beschnitten. So möchtet ihr das ganz gerne haben. Das heißt, das nächste machen wir auch am Unterkiefer. Auch da läuft wieder eine Automatik rüber, die einmal kontrolliert, wie gut sind die Scan-Daten. Okay, finden wir ganz wichtig zwischendurch. Jetzt kann ich euch nochmal die andere Möglichkeit zeigen, wie man es auch beschneiden kann. Wenn ich jetzt nicht dieses Scan-Grenzen-Tool nutzen möchte, kann ich auch sagen, ich möchte ganz gerne die Beschneiden-Möglichkeit haben. Da spannt man quasi so ein Lasso aus. Das heißt, ich lasse einfach die linke Maustaste gedrückt. Gehe hier einmal in den Bereich rein, den ich beschneiden möchte, lasse ich die linke Maustaste los. Wird alles das, was innerhalb meiner Markierung ist, automatisch gelöscht. Das ist so ein bisschen Geschmackssache. Der eine mag das Tool lieber, der andere die Scan-Grenzen-Tool. Ich arbeite da nicht immer intuitiv mit beiden. Lieber beiden ist eigentlich sehr schnell, wenn man einfach reinkriegt, was man nicht haben möchte in meinem Fall. So, das ist auch hier beschnitten. Dass wir jetzt den Bereich 2 auch schon wieder fertig haben. Daten aufbereitet. So können wir einen Haken hinter machen. Jetzt kommen wir in den eigentlichen Bereich des Designs ein. Nämlich die Stümpfe. In diesem Bild sieht man jetzt schon mal die eigentliche Ausrichtung von dem Sockel. Zur Erinnerung, der Sockel, der jetzt hier oben dran ist, ist immer 90 Grad zu unserer Okklusionsebene, die wir beim Schritt 1 festgelegt haben. Und jetzt sehe ich hier dementsprechend meine einzelnen Zähne. Auf der linken Seite wird mir angezeigt, mit welchen Stümpfen ich jetzt beginnen soll. Also mit 2-2 fangen wir in diesem Fall an. Und jetzt ist es so, dass die Software so einfach wie möglich geschaltet worden ist. Das heißt, wir wollen es einfach easy haben, diese Präparationsgrenze freizulegen. In dem Fall ist immer eine Automatik aktiviert, wenn ich in diesen Bereich reinkomme. Das heißt, ich klicke jetzt einfach mal oben, einmal oben auf den Zahn mit der linken Maustaste. Und die Software sucht mir automatisch die Präparationsgrenze. Das kann ich natürlich hier nochmal reingehen. Kann auch mal, wenn ich das möchte oder wenn Kulturbedarf vorhanden ist, nochmal über den Bereich Markierung zeichnen, das Ganze ansetzen oder verändern. Ich kann mir auch nochmal einen Punkt hinzufügen. Was ich jetzt sehr super finde oder sehr gut finde, ist, man kann sich jetzt hier dementsprechend über den Kiefer auf der rechten Seite so ein bisschen transparenter machen. Und jetzt sehen wir hier auch schon gleich, wie steht der Stumpf im Kiefer. Wir sehen hier den chronischen Stumpf. Wir können hier nochmal gucken, wie viel Material habe ich hier. Wir können dann hier dementsprechend auch nochmal sagen, ich möchte vielleicht die Einschubrichtung dieses Stumpfes nochmal verändern, indem wir das einfach mal ein bisschen kippen. Und sehen auch hier gleichzeitig schon die Bewegung, die ich oben durchführe, wird automatisch auch direkt angepasst. Das Gleiche machen wir jetzt beim nächsten Stumpf. Da klicken wir auch wieder einmal oben drauf. Die Operationsgrenze wurde auch hier wieder gefunden. Ich kann auch nochmal kontrollieren, wie steht da jetzt ein Modell drin. Ich kann jetzt auch nochmal die Einschubrichtung ein bisschen verändern. Das ist das einmal für alle Zähne, die wir jetzt im Vorfeld ausgewählt haben. Das Ganze einmal durchspielen. Je nachdem wie gut oder wie schlecht der Scan ist, hat dieser Automatismus einfach ein bisschen mehr zu tun, von Fall zu Fall, um die Präparationsgrenzen zu finden. Im letzten Fall beim Nachbarzahn 2-3 kann man auch direkt die Präparationsgrenze manuell setzen, indem man hier oben auf Markierung zeichnen klickt. Dann kennen wir das schon von der Scan-Grenze. Das ist das gleiche Tool. Wir klicken hier einmal ringsherum um den Zahn. Wir klicken oben auf Schließen. Der Stumpf wird uns hier auch wieder angezeigt. Wenn das so leicht schreckig ist, sehe ich auf jeden Fall schon mal gleich, dass der Stumpf herausgerechnet worden ist. Auch hier gebe ich den nochmal ein bisschen ins Modell rein. Auch hier nochmal ganz schön die Kontrolle. Haben die konischen Anteile der Stumpf in Kontakt zueinander oder grüne Sicht? Das ist natürlich nicht so optimal. Kann man dementsprechend mit der Einschubrichtung nochmal das Ganze anpassen. Dann haben wir den Schritt Nummer 3 dementsprechend auch fertig und gehen in den nächsten Bereich rein. Das ist der Bereich des Gegenüberdesigns. Dazu blende ich noch einmal auf der rechten Seite den Unterkiefer aus. Mach den Oberkiefer wieder komplett umpack. Und ich möchte jetzt hier und die präparierten Zähne noch eine Gegenüber setzen. Dementsprechend gehen wir hier auf den Button Neu anlegen. Dann ist hier automatisch schon der Oberkiefer ausgewählt. Ja, das wollen wir machen. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit einen Startpunkt zu setzen für meine Gegenüber. Dementsprechend 1 und 2. Kann dann anhand der Punkte dementsprechend die Größe der Gegenüber variieren. Ich kann auch dementsprechend die einzelnen Winkel hier noch drehen. Deshalb kann ich keinen Kontakt zu den Nachbarzählen haben oder im schlimmsten Fall die Kontaktpunkte wegsemmeln. Über die verschiedenen Winkel kann man das dementsprechend hier anpassen, so wie es gerade benötigt wird. Das gleiche gilt natürlich auch für den Boden und die Höhe. Das heißt, die kann ich dementsprechend auch über die einzelnen Schiebregler hier. Auf der rechten Seite müsst ihr vielleicht einfach mal ausprobieren, was da am einfachsten ist, anpassen, sodass wir den Bereich auch abgeschlossen haben. Wir gehen jetzt in den nächsten Bereich rein, das Modelldesign. Hier wird mir einfach nochmal alles angezeigt, was ich bislang designt habe. Meine Stümpfe, meine Gegenüber und auch die Höhe der Sockel. Dann haben wir hier die Füllmethode. Die ist schon so optimiert worden von uns, dass sie optimal passt für den 3D Druck. Das heißt, ich brauche nachher keine Supports. Was wir aber hier machen können, wir können kurz gucken, ob wir nochmal ein bisschen Material einsparen oder Höhe einsparen, indem wir sagen, den Unterkiefer brauche ich nicht auf 10 mm, erinnere ich mal auf 5 mm. Den Oberkiefer gehe ich mal auf 8 mm. und wenn ich dann auf Anpassen gehe, wird das Ganze automatisch angepasst. Hier immer nochmal ganz wichtig zu gucken, dass wir jetzt im Oberkiefer nicht die Stümpfe aus dem Modell herausschauen. Sollte ich die Sockenhöhe zu gering gewählt haben, passt das Fach natürlich dementsprechend an. Dann als letztes können wir hier noch Attachments anbringen, sogenannte Antubationsstützen. Hier kann man auch über den Button Neu anlegen, da hat man verschiedenste Möglichkeiten. Man hat entweder einen einzelnen Stift oder in diesem Fall, den ich immer gerne nehme, ist der Balken mit zwei Pins hinten. Das sieht so aus. Dementsprechend kann man diesen Balken einfach nehmen und der passt sich je nachdem, wo der jetzt gerade steht, automatisch an die Länge des Kiefers an oder des Modells an. Wir können das auch hier wieder über die Rotationsachse rotieren. Wir können jetzt hier dementsprechend auf der rechten uberen Seite noch die Breite anpassen oder vorliegen auch den Abstand der Pinne hier in der Mitte. Wenn ich einfach mal ein bisschen größer gehe. Und wenn wir jetzt wollen, können wir dem entsprechenden Einzelnen hier vorne ansetzen. Den drehe ich mir auch wieder so zurecht, wie wir es haben wollen. Mal gucken, dass wir vielleicht da vorne nicht Kontakt zu den Zähnen haben. Und dann sind wir beim letzten Schritt angelangt, prüfen und ausgeben. Dort wird jetzt von der Software alles berechnet, berücksichtigt. Sodass wir dann im letzten Schritt nochmal die Möglichkeit haben, das Ganze zu kontrollieren. Habe ich irgendeinen Sturm vergessen? Passt die Modellhöhe? Jetzt sehen wir hier dementsprechend unter oberen Unterkiefer. Wenn ich das mal reingucken, sieht man hier, dass das Ganze von unten gefüllt ist. So eine Art Wabenstruktur. Das ermöglicht uns einfach hohe Modelle zu drucken. Wir sparen Material. Durch die Waben ist das Ganze nochmal verstärkt. Dann brauchen wir keine weiteren Supports hinzufügen. Jetzt gucken wir uns den Oberkiefer nochmal an. Hier haben wir dementsprechend auch unsere herausnehmbaren Stümpfe mit dem Kontrollfenster vorne. Auch hier kann man sich auf der rechten Seite dementsprechend nochmal die einzelnen Stümpfe einfach ausblenden lassen. Das Ganze nochmal überprüft. Wir haben hier unsere Gegenüber. Auf der Distanzseite in diesem Fall haben wir ja den Rotationsschutz des Stumpfes. Dann können wir das Ganze beauftragen oder ausgeben, indem wir einmal auf Auftragen klicken und dementsprechend werden die Daten entweder direkt zu uns geschickt oder lokal auf eurem Rechner gespeichert. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.